Musik 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 Es ist alles gut. Musik Was ist das denn?! Alter, ist das laut. Ein Hütchen, ja. So. Guck mal, das ist meine Anzeige jetzt wieder. Sehr gut. Jetzt ist sie wieder weg. Internet gut, jetzt spinnt der Rechner. Sehr schön. Tschüss, schüttere. Sehr gut. Tag war gut, Hausarbeit gemacht, bisschen gezockt und jetzt Tee trinken und Stream schauen. Sehr schön. Herzlich willkommen zusammen. Und glaubt mir, die Tracks sind auch noch richtig geil in dem Game. Johannes, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Gut so weit, müde, aber sonst gut. Und dir? Wir machen weiter, ne? Nachladen. So, also wir müssen natürlich hier Gegner abwehren und dieses Zeug hier sammeln, um weiter zu leveln. Mal nehmen. und das Level des Großen, also. Crystal Rain! Melee-Damage. Papier-Regeneration nehmen wir. Warum hat sich denn jetzt gerade Voice verstellt? Ja, wir ballern jetzt mal richtig hier. Weiß aber, dann kommt sowas hier. Nochmal Regeneration. Wird später wichtig, wenn die richtigen Viecher kommen. Oh. Oh. Chance of killing an enemy to instantly gain to up. Oh, hell of it. Guck mal jetzt erstmal hier so ein bisschen rum, ne? Oh, oh. Der Goklatos. Hahaha. Mh, mh, mh. Sprinter. Was ist das? Da schießt was von oben. Wir nehmen Leben. Was wird das nochmal ausprobieren? Critical. Was passiert denn jetzt? Oh, ich muss glaube ich diese roten Viecher aufhalten. Au. Okay. Man kriegt andauernd Schaden hier. Heavy weapon. Bisschen mehr Range. Au, was war das denn? Wart auch da rein zu gehen. Oh, meine Turrets. Oh, meine Turrets. Geil. Was ich gerade mal gebraucht bin, ne? Ich habe das. Oh. Äh. Okay. 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 Das ist das Ding. Range Damage. Oh, was ist das denn? Okay, es kann auch schießen. Boah, war aber knapp. Rapid Fire, au! Boah, Mann. Range Attack. Nee, war schöner aufgelevelt hier. Oh, die explodieren immer. Oh, Skorpion. Okay, okay, okay. Ich hätte mir mehr Platz verschaffen sollen, glaube ich. Au. Au, au. Ja, jetzt geht's aber ab, hier. Puh. Turcule und Speed, da bringt mir ja gar nichts gerade. Miese Moves. Boah, das ist das Leben. Platz 291. Boah, kann das sein, hat sich die Musik die ganze Zeit verstellt? Es gibt Grillhähnchen. Es gibt Grillhähnchen. Wow. Komisch. Das kam jetzt gerade wieder voll laut vor. So, pass auf. Wir gehen jetzt mal auf... Abwärts. 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 75er Schaden. 12 Schuss. 50 Schuss. Was ist das denn bitte? Aber nur 16er Schaden. Geht auf die Feuerrate. Probier einfach mal alles aus, oder? Heal. Geht mal auf keinen Mods. Upgrade, cool. Dann mal wieder rein, ne? Was habt ihr heute gemacht? Erzählt mal. Wie war euer Tag? Er schießt ja von alleine. Das Spiel kaputt. Er schießt die ganze Zeit alleine. Protect the slow enemies for 5 seconds. Lichtradius erhöhen. Protect the cause enemies to bleed for 5 seconds. Herzlichen Dank. Aber guck mal, der muss die ganze Zeit echt lange nachladen. Branch attack. Branch attack. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, nimm mal dazu. Okay, nimm mal dazu. Ah, okay. Aber ist jetzt mies, wenn man das nicht selber steuern kann, ne? Drop Heal. Okay, nimm mal dazu. Au! Home run, okay. Okay. Und da ist es wieder dazu. Ow! It's not shot. Okay, nimm mal dazu. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020